Na, bist du noch müde? Oder hast du vergessen, die Zeit zu verdrehen? Du weißt doch, es ist Zeitverstellung, Umstellung... Ja, das ist schwierig, ne? Die Uhr ins Wohnzimmer, die Uhr dahin, die Zeitverdrehung, Umstellung, die macht mich auch immer total müde. Deswegen erinnere ich dich ja dran. Und mit dem Video wollte ich sagen, also jetzt musst du es machen, sonst verpenst du die Zeit und morgen ist Montag und dann ist alles bei dich durcheinander. Marit, jetzt, jetzt, jetzt! Ach ja, und wenn der Montag kommt, dann ist alles durcheinander. Die Kollegen, alles, ah, die sind doch so durcheinander. Also, dreh die Zeit rum, alles verstellen!